Die, die Orchideen lieben, wissen, wie sensitiv und exotisch diese Blumen sein können. Du fragst dich, was sonst diese tropischen Blumen brauchen, abgesehen von mäßiges Gießen und Torfsubstrat. Tatsächlich brauchen Orchideen aber Nährstoffe und Dünger, da die Rinde und Erde nicht genug Nährstoffe bieten. Um einen Dünger selber herzustellen, raten Floristen dazu, Bananenschalen zu benutzen. Sie beinhalten Phosphorus, Magnesium und Potassium, Goldene, Substanzen für einen gesunden Lebenszyklus von Pflanzen. Diese Mikroelemente werden der Erde in Mengen gegeben, die der Blume nicht schaden. Dadurch werden die Orchideen gesund aussehen, wenn sie blühen. Wir zeigen dir drei einfache Rezepte, um Dünger herzustellen. Bananentee. Erste trockne die Bananenschale in der Sonne, bis sie fest wird und zermahle sie dann. Zweite koche ein Löffel der zermahlten Bananenschale in 200 ml Wasser auf. Lass den Tee abkühlen und begieße damit die Wurzeln der Orchidee. Puder der Bananenschale. Erste zerschneide oder zerreiße die Bananenschale in kleine Stücke. Lege sie dann auf einen Teller mit dem Fruchtfleisch nach oben. Lass sie gut trocknen, bis sie knusprig werden. Zweite lass sie abkühlen. Zermahle sie dann zu einem Puder. Dafür kannst du ein Nudelholz oder einen Mörser benutzen. Wasser mit Barbanenschale. Erste nimm die Schalen von zwei Bananen und gieße zwei Liter Wasser drüber. Lasse sie im Wasser zwei Tage lang. Filtere dann die Flüssigkeit und verdünne sie eins zu eins mit Wasser. Zwei. Mit Bananenschalen kann man auch die Orchideenblätter säubern. Die Blätter werden glänzen und die gesunden Nährstoffe aufnehmen. Wie man die Orchideen richtig düngt. Erste dünge die Orchidee während der Wachstumsphase, sobald die Pflanze ein neues Blatt bekommt. Dünge bei jedem zweiten Gießen. Nachdem ein Blatt gewachsen ist und ein weiteres Blatt wächst, kannst du weiter düngen. Wenn das Blatt nicht mehr wächst, kannst du mit dem Düngen aufhören. Zweite dünge die Pflanze während der Blütezeit. Wichtig, dünge keine blühenden Pflanzen, die eben erst gekauft wurden. Lass die Blüten abwelken und dünge erst nach drei bis vier Monaten. 3. Im Herbst, im Winter und während der Sommerhitze wächst die Pflanze langsamer, so dass man nicht häufiger als einmal im Monat düngen sollte. 4. Kranke, schwache und umgetopfte Pflanzen sollten nicht gedüngt werden. 5. Die wichtigste Regel, es ist besser, die Orchideen weniger zu düngen, als zu viel zu düngen. Benutze diese einfachen Rezepte, um das Substrat deiner Lieblingsorchideen zu düngen und erfreue dich an einem schönen und gesunden Raum. Wenn es dir gefallen hat, like, abonniere und kommentiere unter dem Video.